30, 30, 30 Okay Schon verdammt klein Weil denn so die drei direkt hintereinander sind Das ist eigentlich auch nicht Nein Weil das eine Stunde macht Ich hab schon überlegt, ob ich Stativ mit hole, aber im Stativ Weil das ruhig ist heute eigentlich nicht mehr das Problem Einmal die Kamera stabilisiert Die hat eine Linse, die halt Träger Das war schnell Und wieder umspringen lassen Reiten die alle mit einem Butterfly-Sattel? Schau Und auch an der Distanz Sehr gut Sehr gut Jetzt ist wieder Bassis von der Distanz Okay Gut Gut Slot die anderen hier rein All right All right